den besten stand ich weiß habe ich nicht besiegt ich mich gerade verarschen das kleine jahre sie halt zum raum haben ja ich muss leiden oder was ja und ich habe von die zwei fahnen um zu bringen ja wenn du klein willst warum sie ja nicht so nein ich will dich nicht umbringen das ist die schöne einfach abrumpen scheiße ja die gelbe Wühl vielleicht vielleicht die grüne ich war bei der gelben vielleicht nehmt 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 das ist ein zweck hat er jetzt kommt zurück oder ja keine ahnung wenn du jetzt aber nicht komm her nein nein ich glaube ich weiß das alles warte ach so nein ja das war da oben werden die ganze verfolgt ach so da geht es und ich habe da was er will das ist ein spezial wenig sein leben dann geholt seine ganze verbandschaft ist das ja ist klar nein nein ich habe kein schaue was die büte wo wieso die münze verpasst da nicht so einfach zu gefährlich ich würde ja noch okay das ist die dritte ja er ist aber hast du gesehen wie schnell die tadeus gekommen sind das ist dann ist es hier sind jetzt was er noch gemacht auf deutsch für mich ist um die die das führt uns zu der Kanone hier das weiß jetzt schon ich bin ich den Weg zur Kanone kommen jetzt mal scheiße übersprichst du alles naja nein dass er für uns bringt das werden nein ich muss so wie es sind bewusst sie sind wichser sind irgendwo hier versteckt nur die drucken wir haben es wichtig wird wir haben es nicht zu sagen dann kann man nicht töten kann man auch nicht traurig der stelle ich habe nie verstanden warum sie eine rosa Nase haben das haben sie nur weil das ich tut und weiß das ist der Grund das ist der Grund nein, ja, meine rosa Nase guck, diese Welt ist unübersichtlich diese Welt ist unübersichtlich was in Wasser passen ja, ich weiß nicht, die Umwelt ist unübersichtlich auch Kampuskopf ja, wir kommen beruhigt hä, gab's den Kampuskopf, auch nicht so Kampuskopf? Kampuskopf? Weiß ich nicht, ich weiß, ich weiß nicht, wir haben ja, das war ganz lustig ich weiß, es ist nichts bringt, ne also so so Kampuskopf sie ist wie hoch du gestoßen ist also war nur auf die Köpfe geschwungen zu machen X gedrückt ist um zu müssen ich kann es mal ich weiß jetzt in dieser Welt normal die Musik ist auch kacke ich bin geschafft aber was ist es die erste okay wo bin ich denn gerade in der buchwelt man sieht gar nicht wo man ist nein das war jetzt die klopfen ich habe nichts mehr und und da ist die münze halte ich will nicht machen wieso ich muss es doch machen so die abwarten die jahre das der freundliche wo er jetzt so Kursen wie Gitarren Prozent auch hier doch nicht die Klinik ich hab aber das soll so komische Nein Kuchen das war echt unfair ich kann nicht so viel dass es gerade so passiert ist ich bin auch nicht immer was dafür wünschen dort könnt ihr und zu mir und zu mir leute dass der letzte Part 14 minuten lang war oder fast 2 nein mache ich nicht ich weiß schalterte für die treppen was denn du komplett ja stimmt das kommt noch es kommt noch bis bringe nicht um es bringt dir nichts also muss durchgehen die münzen ich hoffe mal dass sie einst du bist du bist du bist eine blume geile blume die ist ja toll bei dieser so richtig weiß und so macht nicht ja ich habe einen künstler zurecht nichts dazu gesagt habe ich hatte nicht unrecht doch was in der neuen Schatten könnte ich habe nicht unrecht in den Gedanken ich kann es nicht du kannst nichts sagen aber ich hab' ich auch ganz nichts sagen ganz nichts zur Tatsache sagen ja jetzt jetzt hat er so und dass ich dann habe ich nicht wusste ich doch mal und auch damit sei ruhig egal was das bei der Buhnase in der Schilder nicht durchsuchen glaub schon dem ist es geben aber wie schon gesagt was an der buh-nase sterben weil sie selbstbewusstsein einfach richtig sehen wir dann okay diese geräusche jetzt weiß alles 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 bescheid aber er kommt wenn man so unterschiedlich okay wir sind sind die haben es aber so gelassen weil du weißt ja wo du jetzt die münze ist und die anderen uns auch so ich dachte man muss im ansprung nehmen ich habe gesagt im richtigen Moment ähm okay okay warte mal den geheimen gibt es auch hier ich hasse die schnell auf jetzt auf die andere seite die zweite münze ist jetzt auch was denn ist wieder da die geist wartet gleich der rosa nase oder oder denkt denn man sieht die nicht ich glaube er drückt sein Gesichter einfach mal ein Gesicht drücken ich kann er hat seine Augen zu wissen ach so ähm runter und so geht ja warte mal wo kommst du du bist gute Idee ja ist klar schaffst du nicht mehr kann es gleich runter gehen so knapp was habe ich gesagt so knapp na und trotzdem hast du geklappt es ist fakt ja jetzt schaffst du es eigentlich links oder rechts ich versuche einfach mal links aus ok welches hier oben naja der typ macht auch 480p nicht auf 720 ja was soll man machen und zeigt nicht den unteren bildschirm ich wollte das in der tüter das hat er weiter rechts hey wie soll man das noch mal so richtig nur kräftig ja also da hat es die blaue schulmittel und legalen weg Nürnstein wir müssen zwei Menschen schafft und machen ich weiß ja nicht alles zu weit muss hin so ist es mal sehen oder sowas ähnliches ich weiß nicht mehr ob stürzt oder sowas armen gebiss ich hab ne idee du weißt was du dich dann durchmachen muss um das zu beiden oder ach so gute idee guck dir das mal gleich an als ich bis dahin komme ich muss ja 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 nur am anfang halt also ich will es ja am schluss dann bin ich mit der wachung ist unten dann ja wenn der bus kommt einfach das benutzen und wie lange hält das an ganz zeit bis dahin vorbei ist ein paar sekunden eigentlich also 20 bis 30 sekunden aber auch vorgleichen heute in dieser zeit haben wir schon längst besiegt das ist so heftig das richtige demütigung weil ich ihn eigentlich egal bisschen demütigen muss sein ich sage ich gut immer zwei münzen gefunden hatte man den gleichen löser sein nein 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 ich finde manche ausgerechnet genau hier ich mache es euch jetzt die die ich fand sie müssen nein wenn es aber wenn es aus dem drückte ich weiß nein nicht was ich sei das ist kann er nicht damit er betrachtet weiß man nicht solltesten nein stimmt das ist ein Eisblume bei den Damen konnten wir aufgleichen guck mal die Brüste doch ich kann einen der so aussieht auf seinen kopf ich weiß noch mal auf den kopf schwimmen kann nein 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 hast du so stehen bleiben das musst du machen jetzt durch klein ja hund jetzt auch so kommt nein geht nicht aber ich kann ja ähm und da hinschulden ich weiß nicht das ist ja nicht so ist okay hier die Pfanne hast du 16 schon gemeldet hat er die Pfanne schon gemeldet wo hab ich doch was das so ein Mann wird unbedingt das ist das machen wir die Münze im Kopf. Ja, das wäre gut. Ich setze aber gleich ein, ne? Was? Hast du von mir gelernt? Nix. Hast du das nicht gegenseitig? Komm ins Wasser, ja. Hier bin ich vollidiot. Das was ich versuche noch nix zu gehen. Ganz genau, was der gesagt hat. Hier bin ich vollidiot. Ach so. Hier bin ich ein vollidiot. Hab ich euch verstanden. Passt auch zu der Situation. Was? Hallo, wie soll ich da? Runden zeigen. Ich setze es gleich an. Die haben so eine hässliche Flotze. Die haben so eine hässliche Flotze. Das ist immer so witzig. Du musst auf eine Stelle stehen. Nein, du musst einfach auch noch unten drücken, wenn du hoch springst. Guck. Ja, guck. Wollte ich was anderes sagen. Warte, wie soll man da hochkommen? Epic Musik. Das ist ein Travershaus. Ich glaube, da kann man mit Riese rein. Nein, ich weiß nicht mehr. Aber... Komm mal, ich sag den Satz. Hier bin ich vollidiot. Komm nur hoch. Komm nur hoch. Und das vielleicht kommt du da. Ja, dadurch da hinten, ne? Ja, 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 das stimmt. Uh, ja. Unique. Am nächsten würde ich gerne diesen... Hm. Scheiße. Egal, wir haben gelernt. Danke. Ja, wir haben gelernt. Alle, grüß, mir schon wiedergeholfen. Du weißt, du, wie vorhin beim Frankzeichen? Du weißt, du, wo der Filz für die Google ist? Ich hab' der Augeholfen, alle mit dem Münzen. Hä? Ich hab' der Augeholfen, alle mit dem Münzen. Ich hab' der Auge gezeigt, wo die Münzen sind. Mit dem Münzen? Fixer. Wasально ich nicht gehört habe? Ey, da ist die Tür mögliche rein gehen? Da sind sstre wichtige Sachen, aber das hier... Oh, ich hätte schocken! Oh, ich hätte so viele davon sein. Warum? Herbert, ich habe den wohl ausgelockt! Er sieht Dumm aussehen. Guck mal, wie die aussehen! Wie war die Aus Amazing? die blauen ja stimmt stimmt die sind aber diesen ernster aus ja auch mal wie die aussehen zwischen vollidioten hast du drauf waren soll ja hat sie gesagt dann bist du doch nach unten irgendwo heute habe ich dachte er ist er warte muss runterkommen kann man wie aussieht man das das kann man doch nicht ernst nehmen denn der wendermal wird so rüberlaufen das war knapp einfach im nächsten spieler durchlaufen könnte ich bis dahin mit zeiten oder ein riesenpilz funktionieren und was einfach dazwischen das stecken bleiben nein nix dessen ich dachte schon seit ich habe mich doch niemals musste der boss ist ja kommt einfach ich verstehe nicht das problem die einfach runter guck mal du hast riesenpilz oder münzen waren und die dritte später zum beispiel einfach durch die jungen hat da ist nein nicht ich muss doch hoch dann noch ein jahr aber es ging nicht dass ich noch dass das ding davor oben also ich habe ja auch da bin ich schon mal dahin gehen das wasser jetzt nach links und nach rechts wer als kleiner nirgendwo ist unser wasser schwingt sie hier nach links nach rechts macht sie mit anspringen zu müssen es ist probieren nein oder rein ich bin klein und gleich ist das das ist jetzt nein jetzt ein kreis das ist das ist aber das ist was ich weiß ich weiß ich weiß das ist es um den Wiesenbauer so fisch ich habe mich aber nicht wollen dass man muss wer das oder was ich habe eingesetzt ich habe ich habe ich habe mich aber nicht diese leistung Prozent das ist eine Riesenleistung erhältlich kommt immer die leichten er hat sie dadurch liegen mit einem bestimmten bestimmten zu einigen die Saison der fünften Welt Hände Bosman Fisch jetzt kommen alles aus der Kopfschreiber mit der Männer ein Hälber 5 war unten geheim gehalten sozusagen und wir sehen es zum nächsten Tag die Welt 4 gibt es